Nina Meinke, eine echte Frohnatur. Die 27-Jährige beim Spaziergang mit Trainer Kai Huste durch Magdeburg. Ihre positive Energie konnte Meinke in den letzten 15 Monaten nicht immer aufrechterhalten. Kein Kampf seit April 2019. Aufgeregt, aber positiv aufgeregt auf jeden Fall. Ich freue mich schon total. Ich habe mich lange nicht mehr so sehr auf den Kampf gefreut. November 2018. Meinke holt sich gegen die tschechischen Zetlatschkower den EM-Gürtel, verteidigt ihn fünf Monate später. Durch Corona waren alle gezwungen zu warten, doch der Shutdown bei Meinke kam schon früher. Die Berlinerin brach sich zum zweiten Mal in ihrer Karriere die Hand. Es ist einfach noch härter und verknöcherter geworden, wie man immer sagt. Der Kalus hat sich ja gebildet und umso stabiler wird die jetzt einfach mal. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und die Hand hält. Meinke, Europameisterin, ist sie schon in der Welt mittlerweile unter den Top 5. Ja, wir streben natürlich die Weltmeisterschaft an langfristig. Das ist natürlich der große Traum. Und ja, da muss man schon nach den Sternen greifen, denke ich mal. Das Energiebündel Meinke kommt an. Heute feiert Nina The Brave ihren ganz persönlichen Restart.